Ah, dann kann man vorspulen. Brauen wir nicht mehr. Okay. Also, ich bin der Sprengmeister. Len ist Werther oder? Werther. Bigglocker Pilot. Ah, geil, muss natürlich bei mir wieder geschraubt werden. Ja. Jüdisches Gehalt, ja. Okay. Len, alles klar. Wenn wir damit fertig sind, was wir uns vier alle noch mal machen. Getumtes Auto. Oh, ne? Telegator. Perfect GT. Hm? Katze, die Stitcher. Ey, so geil. Hey, wir haben. Ey, ich muss zum Flughafen, ne? Ja, klar, das war schon. Demolitionist is driving at the Sand... Das ist ein Mann Auto. Das war schon ein bisschen im Raufraum. Oh, Gott. Abgegaet. Okay, wir sind in zwei Teams. Transporter, Officer, und Near the Ground Team. To start with, you'll collect our bus from the Junkyard at Sandy Shores. Demolitions, near the Parameter Team. You'll be hijacking the inbound Bowlingbrook Transport. The Pilots going to LSA. Hey, machen wir ohne Waffen wechseln, oder? Hey, I'm gonna put up some smoke in the Ace crowd at public place. We've given everyone an AP pistol and a special carbine. Streams, immer noch. Demolitions has got a jerrycan and some sticky bombs, too. Let's get to work. Rechts. Rechts. Okay, bin dann los. Okay, bin dann los. Scheiße. Was fährt denn weiter, Alter? Oh, fuck, ey. Ja, ich hab mich extra vor dir in den Weg gestellt, ja, und er fährt aber dran vorbei. Das war nicht so gut. Ja, sobald du die Waffe zu ist, gibt der Gas. Darfst du nicht machen. Du musst am Straßenrand stehen, wenn der Vorbeiführer drauf ist. Ja, keine Ahnung, wie hat er das dann gemacht. Genau. So funktioniert der Waffe. Kann jetzt irgendwie was geben, den anderen Mitspielern zugucken, ne? So was, aber. Ich hab so ne Option dafür gesehen. Da kann ich einstellen, mit welcher, äh, Switchwelt die zugucken können. Okay. Keine Ahnung, die streamen jetzt einfach über Twitch. Oder was meinst du jetzt? Ja, keine Ahnung, es wird halt auch für Freunde über Steam angeboten. Ja, die Sache ist halt, äh, ich hab das halt nicht über Steam gekauft, das Game. Hab so warm und so warm. Ja, es ist auch scheiße, ja, ich bleib, ich bin jetzt für immer im deutschen Kleinen drin, ja. Ja, außer ich kauf's mir nochmal bei Steam, ja. Oh lol. Soll ich machen, oder? Ja, besser. Ja. Ja, die Yoshi-Katze. Magst du schon in der Luft, oder? Äh, noch nicht. Ja. Ja, ich glaube, wir müssen dran stehen. Tee zubereiten. Achso, wir sind losgefahren, ne? Okay. Ja, ich, äh, bring jetzt mein LKW zum Explodieren. Brauchen aber lange Zeit, ne? Hm? Brauchen lange. Warum ist hinten die scheiß Tür denn? Du hast die Fenster schon kaputt. Hä? Welches Fenster mit? Hinten, das eine Fenster ist. Eines von der Rückfernfläche, wenn ich kaputt bin. Nein. Bei mir nicht. Ich mach mal wieder eine Aufnahme. Diesmal sehe ich, dass es umfüßt. Aber es geht auch nicht hoch. Kannst jetzt losfahren. Oh. Ich brauch gleich keine Haftrumpe mehr. Ich vergewaltige den Bus schon so hart, ja. Heute funktioniert es irgendwie. Wumme. Hm? Soll ich dich schon am ballern? Jetzt drin. Jetzt geht's gleich los. Da wird geschlachtet, Junge. WTF? Ey, das... Warum macht ihr mein Waffenrad nicht mehr über... WTF, Alter? Ja. Was ist das hier? Demolition will get you airborne, running defense. Es ist ein Meriwether-Exercise mit einem Attack-Chopper in Lagos-Encudo. Es ist jetzt links der Airstrip. Requisitionen, get airborne und protecte das Plane. Das Aircraft muss beantragt, um Reschkoski aus dem Land zu kommen. Ich glaube, hier ist ein Schopper. Wir haben es mal wieder angepackt. Ihr habt es verkackt? Nee, nee. Doch nicht. Jetzt werde ich jetzt mal umgefahren. Okay. Okay. AP-Licopter. Face the Stone. Okay, ich habe schon den ersten Jet. Du bist schon hier, Mark? Mhm. Okay. Okay. Ich habe wohl den Jet. Okay, fliegt eine Kurve. Der kommt. Oh Gott. Der visiert dich nicht gerade an. Nee. Ne? Ich bin noch neben dem. Das war's. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen decken gehen, Lenn. So langsam, alle Metz-File. Ich bin immer noch so ein bisschen am Schauen, wo ich den am besten anfange habe. Was ist das eigentlich mein Bier? Wie geht der noch? Ja klar. Ja, das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Flieg, flieg, Mark, oh Gott Ja, ich kann nix machen, ich flieg nur im Kreis, Mann Okay, fest Ich weiß nicht, ob es was bringt, wenn du relativ niedrig fliegst Wie sieht's im Gefängnis aus? Das ist ganz gut Siehst du die? Ja, ich seh zwei am Tor Okay, gut Nice Genau, ich flieg jetzt einfach mal Oh, 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 oh Nein Seid nur komisch um Radar gerade aus Nein, hab ich getötet Komm, die Westen auf mich, Mann Fällt jemand das Silo hoch, ne? Es kann sein, dass ein Flugzeug ins Gefängnis stürzt Ja, das ist jetzt auch hart, ja, wenn man so lädt und schimpft Kannst du treffen, ey Da fliegst du unter mir? Okay Ja, ich flieg im Kreis Ja, ich flieg im Kreis, ich weiß nicht, was hier los ist, ey 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 Ich weiß nicht, ob es hier los ist, ey Oh, ich weiß nicht, wie hier los ist Das war's. Das war's. Wo ist der letzte? Weißt du das? Nee, ich suche nur noch. Zwei hab ich hier noch. Habt ihr schon den Professor? Ja, ja. Oh, was denn jetzt passiert? Okay, ich hab alles sauber, Katze. Komm zu dir. Oh, nö. Krass. Ich auch nicht. Noch drei Stück von da. Alter. Ben, da ist noch einer oben auf dem Dach. Hinter dem Dach hab ich angeschossen. Oh, Mark. Äh? Oh, das war's. Hinter ist down. Hervor, ohne die Freunde, ist noch einer. Oh, das ist da. Fliegt mal ein bisschen niedriger. Fliegt mal ein bisschen mehr Richtung... Du wart noch mal ganz viele, Mark. Ja, wenn ich jetzt gerade fliege, dann erwischen die mich, ey. Naja, dann was. Alter, du. Bill. Alter. Wir haben uns im Leben, ne? Der NPC ist da vorne. Schild, Schild. Okay, dann schlusser. Ey, ist das wirklich so geplant, dass man hier 80 Jets in der Zeit runterballert, ja? Das wäre wahrscheinlich ein bisschen hier schneller sein. Ach, Schild. So, ich glaube. Was ist los? Müsst du hier nicht die Tür aufgesprengt sein? Der Name ist gerade durch. Jetzt muss ich fahren, oder was? Ja, Land, steig rein an. Steig da jetzt einfach rein. Was ist denn jetzt mit den ganzen Cops am Flugfeld? Ach, scheiß drauf, Alter. Knall dich irgendwie ab, wenn es so weit ist. Flugfeld, setzen wir mal einen Punkt zum Flugfeld, bitte. Äh, ja, ihr macht einen Punkt zum Flugfeld, ne? So, äh. Ne, Flugfeldpunkt. Sie haben, warte mal. Da ist mein Flugfeld, wir müssen jetzt mit den Cops am Flugfeld kommen. Wir müssen zum Flugfeld, das ist nicht so. Ihr müsst zum Flugfeld, geht ab, Marc. Geht zum... Ja. Okay, Marc, du landest jetzt irgendwie. Also, ich könnte auch da zur Straße kommen. Nee, lande mal wieder hier. Alter, hier sind überall Bullen, Mann. Ja, warte, ich schalte die Bullen raus. Oder das Polizahelikopter. Will ich hier hoch landen? Ja. Nee, der kommt schon nicht hier hoch. So, landest du? Alter, das ist... Action. What the fuck? Heiße ist das Teil. So, okay, wir müssen jetzt zuzeugen, oder was? Ja. Ey, Junge, schießt auf mich, ja. Nein! Was? Ist der Helikopter in euch reingeknallt? Easy, easy. Dreh schon mal, dreh. Oh, ich kann ja nicht... Komm, wie seht ihr denn an? Was? Wie seht ihr denn an, du? Ah. Noch ein Heli. Oh, nein. Marc, du landest doch jetzt, oder? Ich steh doch schon da, Mann. Okay, okay. Okay, ich komme. Oh, komm, komm, komm. Los, jetzt, nicht weg. Komm, das ist es. Cheech. Yeah. Oh. Flieg? Fliegst du, Marc? Ja, aber ich bin immer noch. Okay, okay. Okay, warte, die Helis falle ich, was? Mach mal schnell, die Heli, die schießen los, die nicht, Mann. Hey, so hoch wie möglich. Ja, fliege einfach. Geht nicht. Mit G. Fuck. Er wird voll langsam, ja, wenn ich den jetzt abkneite. Ey, die schießen auch nicht, Mann, 4. Ja, ich weiß es, aber flieg einfach hoch. Scheiße, Mann. Ich krieg den nicht ins Visier. Okay, jetzt, jetzt einfach zum Gehirnpunkt. Ja, ich versuch den auszuweichen. Ich hab ja die ganze Zeit, äh... Ja, höre ich, wie die Paketen euch anvisieren. Ja, sie sauen, sie sauen. Ja, warte, warte, den zweiten, glaube ich, gleich. Jetzt einfach... Okay, ich hab alle. Aber da oben ist auch noch rein. Oh, nice, hier. Sehr nice, Katze. Scheiße. Ey, wir haben es immer noch nicht geschafft, ja? Ey, wir haben es noch gar nicht geschafft, Len. Hey, aber fast. Ich meinte aber, dass wir so weit sind, ja? Jetzt doch ohne Schiezen. Ey, dass GTA die anspruchsvolleren Reds als WoW hat, ne? Okay. Wo müssen wir nur so von Epix bekommen? Zum Gehirnpunkt. Wo ist der, ey? Da ist wie mitten im Meer, ey? Genau. Da springen wir gleich mit dem Fallschirm ab, der übernimmt dann. Ey, wie, wie, äh... Wie öffnet man den denn? Das ist automatisch passiert. Okay. Ich muss dann irgendwie noch nach links und rechts steuern. Das ist so ein Gleitschirm. Ich glaub, du... Also, wie schießen ist das, glaub ich, ja? Aber bin mir nicht sicher. Aber was soll ich jetzt machen, ne? Äh... Schütze den denn? Keine Ahnung. Wir müssen höher. Höher. Höher? Für... Sonst, äh... Müssen wir das mit dem Fallschirm nicht. Da oben ist so ein gelber Kreis. Jo, der ist ganz oben. Ja. Ja, krass. Wie kommt man denn da auf, Mega? Äh, fünf... Sind tot sind Beulat. Oh, fuck. Da ist wieder ein Helikopter bei euch. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Muss gleich nur am Strand kommen und uns einsammeln. Wenn du nur hochhältst, dann hat der immer Strömungsabgröße. Oh, fuck. What?! What the fuck?! Alter! 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 Oh, Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Alter! War das ein krasser Scheiß? Wuuuuh! Der Beren kannst du nicht aber im Sprint nach dem, ey, gefahren. Alter! Ey, jetzt kommen wir auch noch Helikopter. Ey, fuck, Alter. Ja, wir kommen also immer über Hochkreisen, glaube ich. Naja, wir hätten immer so ein bisschen Strömungsabfüß dann, ne? Das wäre, glaube ich, besser gewesen, wenn wir direkt auf Höhe gelesen wären, ne? Wenn wir irgendwo wussten. Das ist echt von Arsch gerade. Ey! Oh! Was war das denn? Ich hab den doch gerührt. Ja, jetzt muss noch Helikopter weg. Oh, Gott, Pierre! Ich warte ihn endlich! Ich versuch's, ey! Ich schieße alles ab! Ich höre immer wieder mich an, Lisier, Mann. Ey, Alter, warum Trämsteh'n denn nicht? Ah, jetzt! Jetzt! Okay, dann ist nur einer. Ey, sonst seid ihr auch für Höhe, ey! Oh, Gott, da ist noch einer! Und, ey, da sind wieder zwei! Oder wir müssen da aussteigen, ich weiß es nicht, ja? Oh, fuck, Alter! Wir sind auf der richtigen Höhe! Wir sind auch schon durchgeflogen! Also, eigentlich, die Story ist, dass der Professor dann das Flugzeug übernimmt und ihr rausspringt, ja? Keine Ahnung! Aber, also, ich bin jetzt gerade genau durchgeflogen, ja! Fuck, Alter! Ich schieße mal vom Helikopter weg! Mann, die schießen die ganze Zeit auf mich! Ich krieg die auch nicht anvisiert, ey! Wir sind zu nah an mir dran! Vielleicht müssen wir erst die Bullen loswerden, ne? Ja, kann auch sein, ne? Ja, dann guck ich mal, dass die mich nicht entdecken, ne? Okay! Haben die dich jetzt nicht im Visier, ja? Nee! Okay, dann hau ab! Und ich versuch die hier immer noch im Schacht zu halten! Okay, ich hau ab! Ich flieg in eine andere Richtung! Fickt euch durch Drecks! Shit Bullen, ey! Boah, mein Helikopter ist schon gut am Dampfen, ne? Ja! Ja, das ist, glaub ich, der Plan, dass wir keine Bullen mehr am Hals haben, oder? Oh Gott! Und wir machen die ganze Zeit da Action! Oh mein Gott! Oh Gott, die haben mich immer noch! Habt ihr jetzt Bullen weg? Oder? Habt ihr noch Sterne? Bei mir blinkt noch! Bei mir auch noch! Ja, jetzt fliegt zu gelb! Ja! So jetzt! Na endlich! Er wartet auf mich, ey! Er wartet auf mich, ey! Warte auf mich! Jetzt zum Strand, irgendwie! Und wie schreien wir die Fallschirme? Das darf man mal eben sein! Ganz schön! Versteck! Ich will nicht mit dich machen! Das war krass! 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 Ich lande! Ey, ich lande! Okay, ey, bitte! Flieg jetzt nicht in meinen Rotor rein! Ja! Ey, lande doch! Ich warte mal! Ja! Ja, ich warte doch! Aber flieg nicht in meinen Rotor rein, ne? Äh, ja! Könnt ein bisschen unsankter landen! Oh Gott! Ey, lande doch im Wasser, man! Oh Gott! Das kann ich! Nein! Nein! Ey! Ey, ey, ey! Weichner! Komm, das war ja! Das war ja! Yes, Mann! Ja! Ja! Okay, du machst das für die H... Okay, jetzt geht er weg! Ja, ich muss landen! Doch! Achtung, Achtung! Ich! Nicht im Wasser landen! Ja, Mann! Hier lieber ins Wasser und... Das ist hier ganz korrekt abgeschlossen. So, und jetzt? Achso, ich steig mal einen, aber durch. Nice job, Team! Nice job! Oh Gott, wir müssen schon in die Stadt zurück. Ich hoffe, du hast das alles auf Twitch. Ja, hab ich. Vor allem, der eine Move war schon sehr hart. Er hat so zwei Meter am Flugzeug vorbei geschrappt. Oh man! Geil. Ganz ehrlich, ich schmeiß einen JP aus der Kuh raus. Ich hab' den Kopfgeld auf mir drauf. Ey, vergesst nicht den Passivmodus einzuschalten, damit ihr noch gut zur Bank kommt. Tatsächliche Beute, 40.000 habe ich jetzt bekommen. Ne, 160.000, okay. Geil. Ah, haben wir nicht geschafft. In unter vier Minuten. Niemand wird erledigt. Das ist eine Herausforderung. Wie soll denn das funktionieren? Da muss er wahrscheinlich schleichen, oder so? Nein, nein, ich bin gestorben. Ah, okay, okay. Achso, das mein. 180.000, nein. So, jetzt fahren wir den Raubüberfall, oder? Machen wir das Ganze viermal. Den hier jetzt, oder was? Ja. 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 Nein. Ja.